ah scheiße ich glaube es hat nicht gereicht bist du gestorben schon? ja 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 ich bin gestorben tankbetrug hat dich vernichtet ich habe dich doch getötet ich glaube das wird nicht zählen weil du halt selber das kopfgeld ausgemacht hast du denn behinderte scheiß tagesstil? wie soll ich denn das dann jemals schaffen? ja wir jagen einfach jemanden der halt ne? don't bullshit! ab geht's! bugger! da gibt es noch einen motor das heißt bugger ach das ist von franklin! er kann auch den blazer nehmen den blazer? den blazer? so ich habe jetzt 200 dollar auf mich gesetzt! ich fahre dir so hinten rein sagst du ja hast du das gekriegt? ja echt krass du bist so weit vor ich war schon weit weg du warst ja noch weiter weg alter! jawoll! das war scheiße das war richtig scheiße das war jetzt echt mega behindert toll jetzt kriege ich dich wahrscheinlich nie mehr ich krieg dich nie mehr ey du bist jetzt voll weit weg das Einzige das Einzige wodurch ich dich nur klinge könnte nein ich bin einfach nur falsch abgebogen wäre wenn du scheiße bauen würdest oh man ey das hast du anscheinend auch dein scheiß ist praktisch eh oh man muss hier gerade aus da runter... oh! next level! next level ballets! oh ich sehe dein Licht schon am Horizont halt die Fresse einfach dann kann ich nur hoffen dass du jetzt nichts falsch machst ne? alles klar da ist das Ziel yes! zum glück habe ich die 200 euro auf mich gesetzt Alter sieht das bescheuert aus wenn man hier seine waffe drin zückt Alter da geht ja original Alter wir haben 2 Sterne du hast nicht mal irgendwas getroffen ja ohne Scheiße das funktioniert echt ach weil wegen dem Bullen und wegen dem Kasten nebenan ah Leute na ja fahr halt einfach hin mit was ich bin informiert Alter! ui! stand, Sir der geht! der geht! Oh Drehwurm. Alter ernsthaft, wir kommen ja nicht raus. Wirklich? Ja, wir kommen ja nicht raus. Kannst du das nicht irgendwie anschubsen oder so? Keine Ahnung, steig halt mal aus und probier's. Ah danke, cool, tschau. Ach ich lass dich doch nicht stehen hier. Ich steig aus. Hüpf du schon mal raus? Au, au, au. Hol dir schon mal den Scheiß. Ich ramm die Cops noch weg. Wenn sie kommen. Ja, du musst halt noch ein wenig abhalten, dann kann ich früh starten einfach. So, jetzt. Jetzt können wir loslegen. Hör, die leben ja noch. What the fuck? Die leben ja noch. Lauf mich oder lass. Ich geb Gas, komm, stay. Ja, ich komm, ich komm. Oh Gott. Alter, du Penner, warte. Alter, du Spaßmann. Alter, die kommt von hinten. Und ein Hubsrauber kommt auch. Alter, komm zirg ab, Mann. Warte, ich kann ja gerne nochmal nachgucken. Tagesziele. Benutze den Fallschirm auf 200 Meter. Röhmungsabschiff? Hab ich schlechtes Wetter oder was? Ne, du fliegst einfach scheiße. Wir haben keine Sterne mehr. Die blinken. Die blinken. Du musst nur den Flugzeug ausweichen. Und jetzt musst du halt ein wenig turbo machen. Mal fliegen wir eigentlich schneller. So, jetzt wird hier schlecht. Oh, Alter. Alter. Wir werden so abstürzen. Quatsch. Jetzt suchen wir mal ein schönes Ziel. Ja, hier? Weil so einiges ist doch schön. Ja, toll. Und dann bin ich da gestrandet oder was? Wir könnten zu meinem Auto fliegen und du skippt den Klaus. Das ist dann einfach. Okay. Das ist ein guter Deal. Das ist eine Mission. Das ist eine Mission. Wir fliegen zu deinem Auto und ich hüpfe dann an Weinen und Klaus einfach. Vor allem, es kommt gar volles Unwetter auf. Ich glaube, wir sterben einfach. Quatsch. Wir sind gleich da. Das ist nicht mehr so weit. Ja, sag einfach. Dann springe ich. Jetzt. Jetzt. Raus. Olleee. Komm, bitte. Neher. WTF? Wie mach ich den? Jetzt hab ich ihn aufgemacht. Ich hoffe, das waren jetzt 200 Meter irgendwie. Ne, wahrscheinlich nicht. Hä, wo genau ist der denn? Ist...ö? Tankbetrug ist gestorben? Der war ein Palme. Keine Ahnung, wo hier dein Auto sein soll. Was für einen schönen bunten... Ja, ne? Ich lande einfach mal auf diesem Platz hier. Hallo. War das jetzt meine Tagesaufgabe? Alle Ziele abgeschlossen. Belohnung 25. 20.000. Ja, guck, ey. Doch, Cash Money Flow. Das ist echt mega. Kannst du mich mitnehmen? Ja, wo bist du? Der fährt gleich an mir vorbei. Da ist zumindest die Polizei. Ah ja. Dann geh mal auf die Straßen raus. Randale. Eh. Randale. So. Schönen guten Tag. Taxi Service. Was? Ich hasse Schilder. Ich hasse Schilder. Schilder gegeben. Schieße Schild weg, Mann. Könnte noch umfahren. Da, da. Das ist ja gut. Ich hab kein Bild. Ah, jetzt. Hast du mich in meinen tolles Auto hier mitfahren? Nö, ich hab ein eigenes. Nö, ich hab ein eigenes. Ja, ich sag dich nicht über das. Naja, man kommt halt nicht damit voran, ne? Naja. Dann schubst du ihm an. Danke. Der hat mir Trevor selber empfohlen. Er hat so gesagt, ey, ich hab hier noch so ein geiles Auto über. Willst du das nicht vielleicht haben? Ey, mach Platz. Hallo, fahr mal rüber. Was ist denn da mitnehmen? Ey, was willst du denn überhaupt? Alter, du Spaß. Selber schuld, ey. Das fällt dir ein. Du hast mich gerammt. Du bist in mich reingefahren. Das sagen die komischen Travers immer. Willst du mich provozieren oder was? Ja. Kann das sein, dass es eine Abkürzung ist, wenn ich hier drüben würde fahren? Ich halte mich an die Verkehrsregeln. Niemand hält sich an die Verkehrsregeln. Wir haben die Ecke. Da soll ich jemanden hören. Schalte Big T aus. Oh, hier sind wohl einige Leute. Ich mach mal einen Abflug. Nope. Hallo? Lass mal versuchen aufs Dach zu kommen oder so. Alles klar. Wir haben einen Helikopter. Wir haben einen Helikopter. Ich renne. Wir haben einen Helikopter. Ich bin tot. Danke. Danke Typ. My bad. My bad. Mal weg. Ich will mein Rakete reinkippen. Holy Macaroni. Hier gehts ja drunter und rüber. So, jetzt kommen wir weg oder? Ich kipp dich zum Wasserwerk. Ich will meinen Truck. Wo ist dein Auto? Wo ist dein Auto? Hier steig ein. Ich hab kein Auto mehr. Mein Auto wurde gefährdet. Du rennst immer auf die Fahrerseite. Ja, weil ich halt fahren möchte. Ich lass ihn nicht mit meinem Truck fahren. Er fährt auf dem Highway. Jetzt ist er glaub ich kaputt. Uaaaaaaaaaaaah. Na, jetzt findest du meinen Truck so. Hat noch eine schöne Inneneinrichtung oder? Du musst mal ein bisschen ansprühen oder so. Ich hab den nur im Straßenrand gefunden. Echt? Ja. Dacht mir so. Wimmst du mal mit? Ist bestimmt nett. Kann man bestimmt viel mitmachen. Viele Abenteuer erleben. Und hast du schon viele Abenteuer damit erzählt? Ja. Das ein oder andere. Das ist mir jetzt so umständlich hier lang zu fahren. Ich glaub das hat einen Umweg. Nichts ist in meiner Welt ein Umweg. Nicht mit deinem Truck holst das zu sagen. Außer dieser Baum. Außer dieser Baum. Das war kein Umweg. Das war nur ein Hindernis. Ab mir bitte raus. Du bringst uns alle um. Wir können hier schon längst wieder weg. Echt? Dann komm mal her. Außen wieder wurde ich ausgeschrieben. Ja, stark ein. Jetzt kannst du mal die Abkürzung einfach rechts nehmen. Da einfach rechts. Da einfach komplett rechts. Ich liebe es querfeld einzufahren. Das ist das geilste. Hey, was ist mit dem du da? Du darfst da nicht hinpinkeln, ey. Er hat doch nicht hin gepinkelt. Er hat da gerade dein Geld gezählt. Er hat da hin gepinkelt. Genau so wie die hier hinpinkeln. Er hat die Arbeiten hier nicht gemacht. Ich sehe. Nicht dagegen fahren. Boah. Uiiiio. Sniper sie weg. Ich fahr rein. Gib mir Rückendeckung. Ich sehe nicht mal wo der sitzt. Ich sehe es auch noch nicht. Aber sobald ich sehe, werde ich da einfach voll in Möhre reinschrucken. Bin da hinten hinter dem Auto welche? Bestimmt sind da hinter dem Auto welche. Das halte ich von eurer Autotaktik. Der liegt da vorne auf dem Boden. Ach so. Doch direkt hier. Vor mir irgendwo. Unter dir. Ne, der ist tot. Der war da. Ich hab den ja schon über den Haufen geschossen gehabt. Ach so. Willst du das vielleicht nochmal um den Kopf Geld machen? Ich zahl dir das auch alles wieder. Ja, auf wen denn? Oh oh. Ich hau ab. Ich hab so das Gefühl. Irgendjemand. Ich bin bei irgendjemand jetzt in Ungunst gekommen. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Äh, noch eine Mission? Ich weiß nicht. Natürlich frei. Hab ich eigentlich diese bescheuerten Targetziele abgearbeitet. Ich fahr dann einfach nur rum und mach das Auto kaputt. Hey du Nuddy. Was geht ab? Oh. Hallo. Hallo. Willst du dich nicht mit mir unterhalten? Ey, ich schwör ich bin ein netter Typ. Ey, hier habt ihr ne Zigarette für mich? Mit oder mit ohne Filter? Ey, du hast ja ne Mütze auf. Hahahaha. 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 Einen Schwinger hab ich dir allen mitgegeben, ey. Musst mich von der Straße runterkriegen, ey. Sonst überlebt das hier keiner. Bin zu hart. Zu harter Gangster. Ich hab keine Ahnung wo ich eigentlich gerade hinfahre. Was wollten wir jetzt nochmal machen? Einen Haltplan. Achso. Ja dann geh ich jetzt erstmal zum nächsten Waffenladen. Eine Hilfe. Achso. Kommst du zu sehr wollten wir machen, oder? Ja dann, wir gesagt dispose ich auch ganz gut von Zürich und die Zürich.